Musik Heyo Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Cities Skylines Und diesmal versuche ich mal wieder mit Facecam Weil ja ich dachte mir Mach's da einfach mal und ja Ich glaube letztes Mal hatten wir ein Problem mit Hier sind so viele Leute krank, das verstehe ich nicht Letztes Mal hatten wir ein Problem mit hier Verkehrsanbindung Haben wir auch wahrscheinlich immer noch Hier ist total der Stau Sogar die Krankenwagen stehen im Stau Das müssen wir mal lösen Hier die Kreuzung Ach die fährt da rüber Über den Staudamm Gucken wie viele Leute da so rüber fahren Die können ja eigentlich hier die Straße nehmen, oder? Machen wir hier die Straße weg über den Staudamm oder so? Oder der Staudamm muss oder so bleiben Die nutzt keiner den Staudamm Man kann so alle da hinten rumfahren Ich glaube das mache ich auch Weil guck mal hier die Kreuzung Das geht gar nicht Oder wir verbinden die Nö Das ist auch irgendwie unpraktisch Guck mal Mal gucken ob wir da Hier irgendwie das verbinden können Ähm Ich guck mal kurz Jetzt hier ins Wasser Und dann von da aus Dann zum Staudamm Geht das? Äh warte Scheiße Ähm Ne es geht nicht Doch warte Ich habe doch gerade was gesehen Da ging was Ah Jetzt müssen wir weiter runter gehen Oh ne jetzt auch nicht Das ist Wieso geht Ah Okay nochmal abreißen Das ist eine ungünstige Stelle Irgendwie aber auch So Also müssen wir auf jeden Fall Oh Warte 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 So Und dann runter gehen So geht der nicht Achso der ist Vielleicht mit der anderen Brücke verbinden Oder so Ey Da war was Okay wir haben ja zwei Brücken verbunden Das heißt wir könnten hier eigentlich weg machen Machen wir hier die Kreuzung ein wenig weniger Ein wenig weniger Gut gesagt So Okay Da warten viele aber scheiß drauf Die müssen woanders hin Vielleicht entlastet das hier ein wenig Müssen wir hier die Hier die Straße auch breiter machen Ähm 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 Das geht nicht wegen dem scheiß Park da Scheiße man An der Kreuzung Das Das entscheidet alles hier Müssen wir das noch irgendwie umleiten Vielleicht hier so eine Straße noch durch machen Oder 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 den Park wegbauen Aber das ist auch scheiße Aber hier irgendwelche Was ist das für ein Zeichen hier Nicht genügend Treibstoff Ach nee Gebäude leert sich Noch einfach mal so Eigentlich geht das hier alles automatisch Von wegen Müllberge Gebäude verschieben Nein Kohlekraftwerk Ha Boah guck mal was ein Stau hier ist Ey krass Wie sollten das alles Diese ganze Straße Guck mal wieso nehmen die denn nicht hier die Autobahn Ich reiß jetzt hier die Straße weg Hier in der Mitte Da müssen die die Autobahn nehmen Die Brücke Das mach ich jetzt auch Komm hier Hier braucht ihr gar nicht Gar nicht mehr lang fahren bitte Ihr könnt die Ihr könnt die Brücke nehmen Die Brücke Hier Hallo Leute Die Brücke könnt ihr nehmen Ich reiß die Straße hier ab Wieso steht denn auch ein Auto da vorne Mit dem scheiß Industriezeugs Ja Müsst Müssen die etwa tanken Hier oder Die Krankenwagen Also die stehen hier noch Leute ihr könnt die Brücke nehmen Die kapieren sie Die fahren alle hier rum Ich reiß jetzt die Straße hier ab Ja Könnt ihr sehen wo er bleibt So jetzt nimm die endlich mal die Brücke hier Vielleicht kann man jetzt hier Das irgendwie die Straße noch verbinden Mit der anderen hier Nein ich will nicht upgraden So Ich mach jetzt einfach mal einer so Und so Geht das Ja vielleicht nicht Kreuzung an Kreuzung Warte 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 So ich mach jetzt so Hier hinten das Stückchen können wir wegreißen Okay können wir nicht wegreißen So ich hoffe das entlastet ein wenig den Verkehr Jetzt müssen wir mal gucken wo so noch am dringendsten ist Erstmal gucken hier Strom ist gut Wasser ist gut Müll hatten wir immer Probleme mit Bildung könnten wir auch mal hören Gesundheit auch Okay Bildung Wieso sind meine Leute unzufrieden Bildung und Gesundheit Ähm Wieso sind die unzufrieden Das 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 gefällt mir nicht Wohngegenden Achso Gucken wo das Problem hier Oh Gott ne Hier sind ja ganz schön viele Probleme hier Äh So viele Probleme auf einmal Ähm So gucken wir gleich mal Was ist denn hier das Problem Kranke Bürger Müll Berge Müllberge Verstorbener Ich glaube wir haben ein Müllproblem Das heißt wir müssten hier hinten noch eine Müllverbrennungslage hinbauen oder so Ich baue mal noch eine Straße Warte mal wir verlängern die hier hinten Nehmen wir jetzt einfach mal die hier so So Und bauen hier noch eine Verbrennungs Obwohl das ist auch Ist das nicht irgendwie abfallmäßig und so Wartet mal kurz Wovon wird die andere hingebaut Hier vorne Verdreckt das die Die Gegend und so Ja Das ist nicht gut Ähm Gebäude leert sich Okay dann können wir das mal stoppen So Und vielleicht hilft das Vielleicht müssen wir die Straße mal verbinden Dann kommen die schneller ran Nehmen wir einfach die Ja da hatten wir letztens schon das Problem Dass das hier nicht verbunden werden kann Aus dem Grund wegen dem Scheiß Ich weiß auch nicht wieso Wurde bereits belegt Was ist das denn hier Kramladen Nicht genügend Verkaufsware Hä wieso Wenn ich das hier wegreiße Da kann ich trotzdem keine Wieso Wieso Verstehe ich nicht Ich reiß die jetzt einfach weg hier So 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 Vielleicht hilft es doch Ich will die an die Straße hinbauen Bitte Nein So Das geht nicht Ups Okay das sieht Äh Nicht nach der Straße aus Die ich bauen wollte Ähm Die Straße wollte ich glaube ich bauen Ist das eine Autobahn? Nein Timer geht schon Ich glaube das sieht ganz gut Nehmen wir die Da fertig Das verbinden wir jetzt hier Hä Versteh Achso da ist noch so ein Verkaufspunkt Klar Jetzt müsste es aber gehen Na Na Was verbindet der sich nicht mit dem Das verstehe ich nicht Wer so ein scheiß Kringel hier will Der braucht auch keinen Arsch Okay Dann nennen wir mal einen Kringel So Ich habe doch Kurven gar nicht ausgewählt Das wundere Deswegen wundere ich mich ja so Wieso unbedingt in die Richtung Aber naja gut Da hat auch gerade was Da ist es hin Da 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 Äh Irgendwie so und dann so verbinden Fertig Vielleicht nutzen sie es doch eines Tages Ähm Dann baue ich jetzt hier noch die Müllverbrennungsanlage wieder hin In der Hoffnung dass es hilft So An die Ecke hier Es soll Hoffentlich stört das keinen Ich hoffe es hilft Achso Wasseranschluss Okay Ähm So Und hier die hinten haben auch kein Wasser Das sagt doch was hier So Ich glaube jetzt hat jeder Wasser oder Also Wassermangel Schau Äh Haben sie nicht Okay Hier ist noch Wassermangel So Zack Okay Die haben was Oh die Wieso sollen die auch die Brücke benutzen Wenn da gar kein Ende ist Ach du Scheiße Bin ich Jetzt wieso stört sich das hier auf der Brücke jetzt Oh nein Die nehmen alle Jetzt nehmen die alle echt hier den Weg Ich bin alle krank hier Okay warte mal Haben wir noch ein paar Krankenhäuser hier in der Ecke Nichts Dann müssen wir so eine Arztpraxis hier hin stoppen Oder so ein Krankenhaus Arztpraxis hier Ich hoffe das hilft Aber hier hinten noch eine hin So Ich hoffe das reicht erst mal So Ähm Wieso ist das hier schwarz Arztpraxis ist so ausgestellt So Ähm Hatte ich nicht mehr 16.000 Einwohner Scheiße Okay wir müssen die Brücke hier weiter bauen Und zwar in welche Richtung Ist gut Frage Wohin wir hin Ich würde sagen hier Geht das nicht Wieso geht das nicht So Wieso geht das nicht Das ist das So und dann will ich hier runter Wird das praktisch Wartet Warte mal ich muss mal hier Kurve, Kurve, Kurve So Dann lass So Machen wir das einfach so Und dann hier so rum Jetzt gehen wir hier runter Na guck mal Das verbindet sich gut 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 Dann verbinden wir das So Zack Und da ist Strom abgeschnitten Ja da müssen wir mal gucken Auf jeden Fall Ich würde sagen Das war es für die Folge Jetzt müssen sie hier auch noch warten Ne Ach du Kacke Leute Ihr könnt die Brücke nehmen Ihr müsst nicht da rumfahren Ach man Oh Oh Ein Auto benutzt die Brücke Ein Auto benutzt die Brücke So Wo ist er hin Da ist er Vielleicht kann ich hier First Person View und so Geht das Geht das Geht das Geht das Äh Tap Ah Ich wollte da oben hin Ich wollte auf die Brücke Okay Dann wird das Nichts War sicher Aber klar Hä Wie ist es denn jetzt angehalten So Also brauchen wir mehr Wohnungen Und äh Ja das müssen wir glaube ich Nächstes Mal machen Jetzt ist hier ein Stau Naja Vielleicht müssen wir hier Mehr Wohnhäuser bauen Auf jeden Fall Mehr Hoch Mehr Häuser So Hä Was Was war es hier Kein 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 Geld mehr Oder so Ah ne Hier ist Guck mal Hier die Kreuzung Das ist Das geht gar nicht Ich würde sagen Wir reißen die Straße ab Oder müssen hierzwischen Noch eine andere Kreuzung machen Achso Wir haben einen Kurvenmodus Drinnen Alles gefällt uns nicht So Ich weiß Ich weiß Ich weiß Es gefällt euch alle nicht Jetzt so Und dann gehen wir hier um die Ecke So Die bohren auch alle Wasser Dann müssen wir das ganz schnell noch erledigen Hier eine Wasserleitung ziehen So Und dann machen wir hier noch ein paar Wohnhäuser Und dann sollten wir glücklich und zufrieden sein Da hinten brennen Ach so Feuerwehr Machen wir auch eben Feuer Feuer Feuerwehr So Da Seid ihr zufrieden Ja Okay Leute Ihr könnt hier auch lang fahren Das kapieren die noch nicht Ich fahre jetzt alle da lang Ich weiß ja nicht wo die hinwollen Aber Yolo Naja Ich würde sagen das war es für die Folge Ich hoffe sie hat euch gefallen Haut rein Bis dann Ciao